Genau. Gibt's hier vielleicht irgendwie noch was Interessantes? Da hinten, das sieht mir doch aus, als ob da noch was wäre. Mhm. Bejubelt mich. Jawohl. Ich hab noch, Gott sei Dank, noch keine einzige Wiederbelebungs-Viole gebraucht. Aber ich glaub, das wird irgendwann in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch passieren, so wie ich spiele im Moment. Weiter geht's. Vor allen Dingen, wenn ich wieder gegen diese Viecher da antreten muss. Das ist nicht schön. Ich sag's euch, nicht schön. Sucht eure Mutter und flieht aus dem Bargeld-Gefängnis. Scharlach-Robe, ich rette dich. Mutter, du wirst nicht mehr leiden müssen. Und wenn ich dir selber ein Ende setze, damit du nicht mehr leiden musst. Was ich natürlich nie tun werde. Ja? Weil ich ein guter Mann spinne. Ich spinne gut, Bruder. Definitiv nicht in der Spur. Oh Gott. Ich will die nicht zu Tode bocken. Oh. Kann man das zerschlagen? Nein. Jupp. Aus, mein Freund. Oh oh. Die kommt immer wieder. Das ist genau so eine Kacke, wie wir beim Lütschiff-Prikop hatten. Oh 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 oh. Oh oh oh. Das ist mir ein bisschen zu heiß hier. Oh oh oh. Der Kochtopf. Eine Scheiß-Kurse. Und das Gleiche. Was ist hier? Ah, da geht's ja lang. Oh. Da geh ich jetzt hier. Alter. Alter, die Klappe. Was sind wir denn hier? Ich brauche meine Ruhe. Ach so. Jetzt kommen sogar die ganz großen Tücher raus. Selbst aus dem Beton kommt es heraus. Nein. Gut. Ein bisschen Fail. Fang kann ich immer gebrauchen. Vielleicht hätte ich vorher nochmal, ähm... Das nicht. Oh, ich hasse das. Hallo. 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 Oh Gott. Oh Gott. Lass mich. Ich werde verfolgt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Pilze. Oh Gott. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Oh ho. Oh. Also gerade wollte ich es echt wissen. Hm. Alter. Die machen mir mehr Schaden damit, wenn sie aus dem Boden kommen. Oh, das ist mir einen Tacken zu viel Untot gewesen. Vor allen Dingen, da war ja kein Indien-Sicht. Geht's jetzt weiter hier? Oh nein. Lass mich! Gott, 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 Gott. Untote! Schärfen, Verstärkung! Spür! Meine! Oh, alte Schwede! Oh, Jesus, we've got a problem! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Alter Schwede! Hau ab! Ich muss mal noch da oben gucken gehen. Ich weiß, dass da oben noch was ist. Glaub ich. Wir nehmen hier alles mit, was ich in meine gierigen Fähne mehr kriegen kann. Ah! Nein! Das ist meine Tour! So. Blitzverstärkung! Seht ihr das? Hab ich das nicht gut gemeistert? Oh! Eine Rolle und weg! Höp! 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 2-3! Links! Oh, da ist noch eine. Die Untoten wissen auf jeden Fall, wie sie einem auf den Sack gehen. Warum ich nicht gegen die Untoten kämpfe? Weil die wissen. Nicht weil es unendlich sind, weil ich es hasse, wenn da oben noch ein Fehl ist. Oh, scheiße! Fett gegen die Falle! Gott, hör doch mal auf, du blöde Fehl! Verschwinde! Scheiße! Ich hasse dich! Ich hasse es, wenn da so eine Fee ist. Oh nein! Das ist gerade echt uncool. Jetzt kommen die da unten auch noch. So, weg hier! Diese Fee, ne? Diese Fee! Ich kann euch sagen. Das ist eine Fee. Meine Mutter hat ja recht. Eindringling! Oh oh! Das ist das einzige Ding, wo es legal ist, Wächter umzugehen. Ah! 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 Ist es nicht schön. Ich hätte verdammt noch mal Zielen lernen müssen. Ich habe jeden Tag müssen. Oh, ich habe es gerade getan. Habe ich schon mal gesagt, wie letzen es ist, wenn hier jeder Idiot alles blockt? Du auch? Fertig ist es. Oh Mann. Du Idiot. Krepier. Krepier. Ich guck erstmal mal hier. Ich weiß, ich weiß, ich bin zu neugierig, ich sollte das nicht tun. Schon allein, weil da unten wieder zwei Waren steht, aber das wird auch weiter. Wie ich hier runtergekommen bin, weil ich das kann. Ihr könnt euch mal einschauen. Irgendwas Interessantes hier? Scheiben wir nicht. Nur Wiederbelebungsviolen. Ja. Das hier ist ein echt unschöner Abschnitt. Schade, dass es nicht... Schnapp dir! Schnapp dir! Ja, der hat sie gesessen. Hau ab! Du auch! Hau doch mal ab hier, ey. Instant-Schuss? Aber ab hier. So haben wir den. Schnapp dir! Oh nein! Hey, guckt euch... Die können immer instant blocken, ne? Das finde ich voll unfair. Und dann direkt aus dem Block nochmal einen Schlag reinhauen. Oh oh. Ich kann die nicht ins Ziel nehmen. Okay, dann muss ich den Nacken. Euch dürfen. Du kleine Madel. Du kleine... Miese... Fiese... Madel, du! Hm. Okay. Wir machen uns einen schönen Tag. Einen schönen, schönen Tag. Hier auf Schloss Borde. Hör auf zu blocken, Mann. Ich krieg die Krise mit euch Typen. So. Ich krieg die Krise mit euch. So. Schön alles mitnehmen. Was nicht nid- und nagelfest ist. Der elende Held, ja? Euch rette ich nochmal. Oh Gott, die haben aber jetzt gerade zugehauen. Wie war das, elender Held? Drecksack. Hä? Knutsch meine Stiefel, mein Freund. Knutsch sie. Dunkle Lederbrust. Weiter geht die wilde... Warte, hatte ich da unten nicht noch was vergessen? Ich... Ich hab's gerochen, liebe Freund. Ich hab's gerochen. Und sowas kann ich riechen. Obsidian Katana. Naja, das kann man zumindest verkaufen. Du, 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 du. So. Bargate Prison. Ehrlich, fasst mich nochmal an, dann drehe ich euch den Hals um. Ich kenne dich doch. Nein, das ist ein Trick. Ihr seid nicht mein Sohn. Der Bastard gaukelt mir was vor. Aber du bist es. Du bist es wirklich. Was hast du dir gedacht herzukommen? Wusstest du nicht, dass er uns beide gefangen nehmen würde? Lass gut sein. Wir müssen hier verschwinden. Öffne diesen verdammten Käfig. Komm mit. Wir müssen fliehen. Oh nein, das tut ihr nicht. Oh doch, ich hab's gerade getan. Ich sehe, du bist nicht ausgebildet worden. Ich bin nicht nur gut ausgebildet worden. Ich hab auch ein gutes Aussehen bekommen. Du, 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 du. Sieh mich an, ich bin Muskelmann. Wahoo... ... Untertitelung des ZDF, 2020